Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Just Cause 3. Beim ersten Mal sind wir hier stehen geblieben, als wir den Urga Harom D3 freigeschaltet haben. Eine Basis befreit haben, quasi. Und ja, wir haben weitere Nebenaktivitäten freigeschaltet und eine von sechs Ansiedlungen hier befreit. Mitunter auch noch dazukommend halt die Tatsache, dass es eine der Hauptdinger war sogar. Achso, das Lämpchen leuchtet immer noch darüber. Okay, wir können jetzt weitermachen. Und zwar, grandioserweise, gucke ich mal ganz kurz, wo ist denn hier noch etwas, was auf jeden Fall was ist. Hier. Das ist auch noch im Bereich. Ah, hab mich schon gefragt, wer das bleibt. Unser großer Anführer hat im Rahmen der ehrgeizigen Initiative Keiner bleibt auf der Strecke, die Basis von Porto Cochlear zerstört und hunderte neuer Arbeitsplätze geschaffen. Und da geht sie dahin, die nächste Basis. Bumm, da stand sie. Jetzt ist sie weg. Genau wie der General im Handbuch für selbstsichere und entschlossene Regierungsführung gesagt hat. Viva Medici! Inzwischen habe ich so ein bisschen den Dreh raus, Leute. Also keine Sorge, ich klatsche nicht mehr. Allzu häufig irgendwo gegen. Auch wenn das gerade nicht smart war mit dem Boot neben ein paar Mal. Aber trotzdem. Ja, hier merkt man wirklich aktiv auch, dass es die Hauptinsel ist. Was Ärger und Co. anbetrifft. Weil hier ist überall so Stuff, den man beseitigen kann und sollte. Zwei von sechs Ansiedlungen befreit. Und das nur so nebenbei, ne? Also nur weil ich so auf dem Weg irgendwo hin war. Grandios, oder? Gut, wie die noch sei. Äh, was zum Teufel? Da fliegt doch gerade ein Zug durch die Gegend. Sei doch gesehen. Aha, seht ihr? Das ist doch grandioserweise schon hier so. Das müsste doch gerade grandioserweise ein Zug gewesen sein. Ja, der hat hier auch einige an Bäume gerade mitgerissen. So, so, und da drüben ist doch noch mal was. Ich räume grandioserweise nebenbei einfach so die Sachen weg. Ach, warte mal hier. Man sieht's doch auch sogar hier eigentlich. Na gut. Mehr oder minder. Ja, hier ist noch einer und so. Also wir haben's dann relativ flott hier auf der großen Unsel auch. Mit der Befreiung gleich durch. Oder was heißt gleich, aber bald. Jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen. Verstärkung ist unterwegs. Ja, du hast es jetzt. Verstärkung ist schon unterwegs zu euch. Zielpersonen eliminieren. Und Ende finito. Drei von sechs Ansiedlungen befreit. Und das ist doch schön. Weiter geht's. Zu unserem eigentlichen Ziel. Ich will wechseln. Bevor hier irgendwas noch passiert. Okay, er ist 50. Kliniert nicht erst rein. Das möchte ich noch mal gedacht haben. Autsch. Aber wir haben noch 800 Meter bis zum Ziel. Und ich versämele es ja natürlich fast wieder an einem Baum. Grandios. So. Den nächsten Wegpunkt setzen, damit ich gleich weitermachen kann im Anschluss. Und ja. Ich will mal so reißen und klauen mir mal die Tür und kurz. Alle Einheiten hierher. Wir schicken zusätzliche Einheiten zu eurer Position. Wir schicken ein Helikopter ins Zielgebiet. Gardia Waldemar V haben wir geradezu eben befreit. Vier von sechs Ansiedlungen befreit. Und somit geht's weiter. Ich sollte mal raus hier. Okay. Ich wollte gerade raus, aber das Spiel sagt so nein. Ist in Ordnung. Das heißt, ich kann grandioserweise... Wo ist der Heli? Blöds weg. Gut. Dann nehme ich das Fahrzeug. Und ja, viel Spaß. Kann man, warum die alle so hören. Ich hätte aber gerne eine etwas weiter entfernte Ansicht. Egal. Zeit für die Wolken, wenn man einen Händen will. So. Ja. So macht doch das Auto fahren wir Spaß. Wir haben Feinkontakt. Alle verfügbaren Einheiten hierher. Jetzt wird's losgehen. Wir schicken Bodentruppen zu eurer Position. Ich gehe an das MG. Bist du doch. MG ist Feuer bereit. Okay, die Triffs kriege ich auch immer besser hin. So. Wildes Schwerfeld einfahren. Ist ja auch immer ganz gut. Die wollen mich hier wohl nicht. Sieh, sieh, sieh. Keine Ahnung, was das ist. Barbarium Raffinerie. Tschüss, auf Wiedersehen. Äh, hallo? Ja, okay. Hat's doch ein schnelleres Ende genommen, als ich dachte. Kader drum. Hätte kann dieserweise noch gut klappen können. Wir haben nämlich auch nicht mehr ein Altschiff hier, was wir machen müssen. Wir sind hier jetzt gesehen. Feinkontakt. Alle Einheiten zu diesen Koordinaten. Was ist denn jetzt los? Oh nein. Ich glaube, ja, es ist mal passiert. Das Game ist gecrashed, Leute. Ich habe gewusst, dass das irgendwann mal passieren wird. Deswegen habe ich das ja euch schon mal gesagt. Deswegen würde ich sagen, man sieht und hört sich einfach gleich wieder, wenn ich wieder drin bin. Von daher, bis gleich. Leute, das habe ich euch ja gesagt. Es ist mal wieder so dieses typische, ja, wir machen mal eben schnell Prinzip und dann passiert halt sowas. Aber grandioserweise kann ich das ja und möchte es auch immer mal mit zeigen, was halt bei solchen Spielen Phase ist. Also was euch erwarten kann. Deswegen, ich habe zwar jetzt einen recht starken, leistungsstarken PC. Gut, Grafikkarte ist jetzt schon fünf Jahre alt, wenn nicht sogar sechs Jahre alt. Ist aber trotzdem immer noch eine mit der in Anführungszeichen besten Grafikkarten. Zumindest damals sehr groß beworben auch die GTX 1060. Das weiß ich noch, dass die halt wirklich so das Nonplusultra war zu dem Zeitpunkt. Ja, später war es dann ja erst mal dann wiederum die GTX Titan 1080er Serie, glaube ich. Oder sogar noch ein bisschen später. Und dann war es nachher nochmal wieder eine andere. Also hat sich immer so ein bisschen abgewechselt, durchgewechselt. Aber im Endeffekt war es immer so dieses Prinzip so von wegen, ah, welche hast du jetzt? Ah, okay. Ich habe schon zwei Generationen weiter und dann gab es halt immer wieder so Streitgespräche schützen Leute, welche denn jetzt am Ende wirklich nicht besser wird, da auf die Karte ist. Kollege, ich will dir keine Tipps geben, aber guck mal hinter dir. Verstand, Verstärkung ist unterwegs. Warum? Ah, gut, okay. Wir sind jetzt zwar wieder hier, jetzt hoffe ich auch, dass wir auch wieder hier vorne sporen direkt. Und nicht grandioserweise wieder sonst wo. Ja, gut. Wisst ihr was? Sonst hat der Prozess. Bam. Fertig. Gut. Weiter geht's. Wir müssen noch eine Sache hier grandioserweise befreien. Dann haben wir alles von diesem Bereich befreit. Und ich würde sagen, grandioserweise gucke ich mir mal die Strukturen an und würde sagen, dass hier in die Richtung unser nächster Punkt sein sollte, den wir begutachten. Okay. Ich würde das nicht fouten. Und nicht mehr. Tag 1515, die Ermittlungen bezüglich des Verschwindens von Deluca wurden von einem jungen Beamten geleitet, der in seiner Freizeit an Autos... Das geht besser als mit einem kleinen Brüder. Attackiere Zielpersonen. Alle Einheiten hierher. Kurze Drehung, kurze Wendung und ja, klar kriegte ich dich mit meiner Vermutung. Die Zentrale, wir schicken Bodentruppen zu eurer Position. Track! Und fertig. Was soll ich sagen? Gelernt ist gelernt, Leute. Und ich würde sagen, das war sogar noch ein Part. Das ist witzig. Wo machen wir weiter? Wo machen wir weiter? Natürlich mit dem nächsten Abschnitt, würde ich sagen. Aber zuvor... Ihr kennt das Spielchen. Machen wir quasi damit weiter, dass wir Sachen, die wir jetzt freigeschaltet haben, auch direkt ein bisschen, schon mal etwas aufräumen, damit ich nicht all zu viel im Nachhinein machen muss. Nicht in meinem Bereich. Uns liegen Berichte über Kampfhandlungen vor. Alle Einheiten hierher. Die Zentrale. Das Ziel ist immer noch da draußen. Oh. Findet ihn. Die Zentrale. Anfrage erhalten. Verstärkung ist unterwegs. Eieiei. Ei war nur zu cool. Achtung. Oh. Das können wir doch nicht damit machen. Schade. Einfach ein Ferrari. Wir liegen wie ein Drett auf der Straße. Also wir steuern wirklich so. Die Zentrale. Instant dahin, wo ich steuere. Findet den Rebellen. Verfolgung aufnehmen. Sowas finde ich nämlich gut. Zusätzliche Bodentruppen sind schon unterwegs für euch. Okay, ich versuch mal eben ganz kurz Tempo zu halten. Das geht nicht. Es ist einfach... Oh. Okay. Das muss ich mir später nochmal zur Gemüte führen. Weil es wäre einfach nur zu cool, wenn ich den in der Garage hätte. Und dann irgendwie eine lange, lange, lange Straße habe, die frei ist. Um damit die 180 zu schaffen. Also auf Dauer. Weil da haben ja andere Kollegen von mir anscheinend schon ordentlich vorgelegt. Und sowas möchte ich natürlich nicht auf mir sitzen lassen. Sowas sehe ich als Herausforderung. So. Okay. Ein... ...klassisches Teil. Grandios. Wegpunkt setzen. Sieht irgendwie wertvoll aus. Das sieht auch... ...gut aus. ... 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 Okay, 70 Meter Das ist jetzt mein persönlicher Okay Was fahre ich mir denn den Wagen hier zu Klump Zeug, ey Meine Größe, ne Güte Radio Saved So Ach, ich hatte noch einen Mitfahrer Ach, Gottes Willen Ist ja schön Äh, was ist das denn hier Ähm, könnte ich, dürfte ich mal ganz kurz, ähm Entschuldigen Sie, Sie haben da so eine kleine Schraube übersehen Und nicht richtig festgezogen, ich helfe Ihnen mal, ne Oh Gut, so wollte ich das natürlich auch nicht festziehen Wir haben Feinkontakt, alle verfügbaren Einheiten hierher Okay Unterstützung ist unterwegs und müsste in Kürze bei euch sein Okay Okay Okay, 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 okay Puh, da hatte ich mich ganz kurz nochmal rausgerettet, weil doch ein bisschen Särk knackt wurde Los für den Rebellen, er darf nicht entkommen So Kommuniziert jetzt mal, ihr Mistkerle Mehr Waffen, mehr Männer Verstärkung ist schon unterwegs zu euch Zielpersonen eliminieren Out 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 okay ich wollte jetzt nicht geschreddert es lag jetzt wirklich daran dass ich noch von einer kugel getroffen worden bin man haben die aiming ich habe noch zeit dann mache ich die zeit zu meiner zeit so was so also gut ich sehe dass da vorne noch ein transformator oder sowas ähnliches ja gut dann weiß ich genau worauf ich mich einlassen muss okay zusätzliche einheiten zu eurer position einsatz von elite truppen autorisiert sie sind unterwegs okay ich muss doch noch mal ganz kurz gucken ich die drauf ich die drauf warte mal hallo doch nicht doch 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 irgendwo hier soll es sein wo sie was wo was wer story bin ein bisschen er hatte keine chance ich bin getroffen ich habe erwischt so wischen muss ich natürlich kann oder weiß ich auch mal was machen dabei ist ganz ehrlich mal wo oder wie ist denn hier ah fertig ende aus hier euer heimlich kling was macht er für eine pose so richtig schon in die seite gegangen so ein feuerchen macht okay moment ich kann nur so weit hier bin aber los geht es und los geht es und los geht es nicht ganz nah wohn ich hier wollte Das ist ein weiteres Wettbewerb. Wann habe ich ein achtes Aiming? Oh, das habe ich geglaubt. Das jetzt auch. Wann haben Sie? Nein, nein! der nächste bitte kommt schon mit stylischer durchfahren haut auch einigermaßen hin sehr schön achtung luftangriff steht bevor ja ich bin jetzt gerade ein bisschen ruhiger nein fertig so und rauf da rein da raus da ja fahr zu fahr zu fahr zu fahr zu fahr zu fahr zu okay so ich beschleunige noch mal zusätzlich noch nicht äh nein die luftunterstützung ist bereit kannst du ihre ankunft vorbereiten kann gerade nicht ich wurde irgendwie gerade aus der luft geholt gut wir machen im nächsten part auf jeden fall damit weiter weil das macht mir gerade ordentlich spaß und ich will dass sie frei haben ist auch gar nicht mehr so viel glaube ich na ja gut ist nicht mehr so viel ist relativ aber gut ich würde sagen man sieht und hört sich im nächsten part wieder und von daher bis zum nächsten mal haut rein habt eine schöne woche habt schöne tage ich bin raus haut rein und tschau tschüss